So liebe Leute, wir machen uns wieder ein paar Fotos hier in Bielefeld und die Sonne ist richtig heiß und ja, echt cool. Bis zum nächsten Mal. Oh nein, die hat es nicht, aber die hat es nicht. Oh, die hat es nicht, aber die hat es nicht. Jetzt! So liebe Leute, das war das Fotoshooting. Ich mache mir jetzt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.